Elf Songs, elf Meinungen. Stars und Sternchen kritisieren Diebe. Das neue Album von Albert Luxus. Heute B.Hare. Kritisiert von Ralf Beiker, Fotograf. Ein Mann, der ohne Worte auskommt. Lange Reine, nur mit Businessplan, jammern in der U-Bahn. Alle schmeißen mir mit Ekstasie. Ich will raus aus der Wichse tief. Ja, dahin, wo der Wind noch weht, lass mich nicht eingehen. Wenn ich nachts nicht schlafe und sich die Wolken neu formieren, Wind verwirrte alte Schafe vor meiner Tür angelieren. Mit den Windeln auf die Straße oder weg von hier. Ja, da, da, da.